Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Shellshock Life, die Folge, nachdem wir den Nuke freigeschalten haben und wir haben ihn nicht bekommen, was natürlich schade ist. Ich habe bloß gerade gesehen, wir spielen übrigens ein Big Match, 600 AP, kann sein, dass es das einzige Spiel heute wird, außer wir sterben direkt am Anfang. Dann schauen wir mal. Ich fange mal an, ein bisschen Boundstream, weil ich absolut keinen Dunst habe. Was halbwegs, roll, 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 oh, 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 lel, einen trifft es, scheiße. Und wo wurden wir gerade getroffen? Ich habe es nicht genau gesehen, wir, auf jeden Fall wir, Level 80. Und wir probieren, äh, Killer Beasts ist noch recht unsafe. Digger auch. Static Chain probieren wir. 6. Aber wir wollen plus 15, würde schon passen. Wir haben ein riesen 600 AP Spiel mit 4 gegen 4, was ich eigentlich hinaus wollte, weil einer den Crit kassiert. Ähm, 4 Leute vom Gegner-Team, die waren quasi im Team 1. Alter, Team 1, das ist der Level 7, ne? Oh, der sieht recht nice für mich eigentlich. Was haben wir für Killer Beasts oder Mega Dicker? Wir dürfen auf jeden Fall Killer Beasts treffen, deswegen passt der Winkel eigentlich so, wie er sein soll. Wir haben auf jeden Fall den Level 7 dabei, den 74er, den 86er und den 75er, also recht schwer. Aber dafür haben wir auch einen 81er noch dabei. Mit Glück bekommen wir beide einen Nuke und die keinen. Wir sehen, wir haben jetzt auch keinen, weil jetzt natürlich einen Nuke da hinten rein, wäre nicht schlecht. Bitte keiner runterbauen, keiner runterbauen, keiner runterbauen, jawohl. Auf uns geht ein A-Strike, glaube ich. 40er Crit. Wir haben 90 Damage gemacht. Wie gesagt, wir haben jetzt schon mit 600 haben. Hehehe. Mal 2 und Mega, Digga. Mit Glück, mit Grid. Wir haben es ja schon mal, war das die Folge? Welches Shield? Achso, die Bande. Wir haben es ja schon mal gehabt. Ähm. Mal 2 und Grid. Ich weiß bloß nicht, ob es eine Folge war. Ich glaube, es war eine Folge, aber ich habe jetzt ja länger nichts aufgenommen. Hier haben jetzt ja die Folge hier quasi direkt nach dem Nuke auf. Immer ein paar mehr am Stück, weil SSL nimmt sich ja nicht viel, wenn ich Level aufstecke. Da haben wir das natürlich immer aufgenommen. Jawohl, der erste direkt der Grid. Oh, das ist ein Gear. Der zweite. Oh, komm her. 108. Oh, bitte noch ein Grid. Ah, schade. 180. Okay, na, haben wir noch irgendwas, was richtig reinfetzt? Boundstriken? Na, nicht wirklich. Bouncy Ball auch nicht. Das einzige wäre wirklich Boundstriken. Oh, gut. Big Biker baut da nach oben und das will ich eigentlich verhindern. Na, komm, lass probieren. Ich weiß, wie war es mit dem 7 aus 450? Der hat wahrscheinlich auch noch so viel. Ja, ziemlich. Ich habe noch 640. Also, bis jetzt schaut es für uns ganz gut aus. Tyrod trifft mich nicht. Der Schrapnel könnte mich in Ansätzen treffen. Nee. Ja, 36. Besser als nichts. Jawohl, 55. Das passt. Ein sehr guter Boundstriken. Alter, wir haben schon über 50 XP nach 6 Runden. Leute, mega lag. Zeit für den neuen GPU. Leute, ich habe den Boundstriken nicht mal getroffen, sehe ich gerade. Nicht gut. Jammer plus 2. Probieren wir es. Oh, das könnte reinfetzen. Äh, 20. Gier. Ist das? Ja, 10 Grid. Jawohl, 2x10 Grid. Passt. Ich wurde mittlerweile auch getroffen. Ich weiß, ich stehe mal auf dem gleichen Fleck, aber ich will den natürlich treffen. Normaler Fleet Scheiß, jetzt könnt ihr den da nicht treffen. Wir müssen es probieren. Weil ich fliehe da wieder auf Stufe 2 und habe schon über 130 Stunden. 132 mittlerweile. Na, komm, 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 komm. Na, Palm hat er. Jawohl, 35. Okay, da waren ein paar Crits dabei. Ich kriege 3. Nur 3 Damage, gut. Ja, komm, ich habe auch nicht die geilsten Waffen für mein Level, ja. War nicht aufregend jetzt da. Ich überlege gerade. Machen wir doch einen Big Bulger. Multistar, ich weiß nicht, wohin ich schießen soll. Das trifft recht schwer, muss ich sagen. Müssen wir den erst hin und young machen. Auf minus 1. 1 trifft wenigstens. Wir werden jetzt halt den perfekten Winkel für den. Oh. Wir werden jetzt wegschmeißen, haben wir ein Item, ne. Wir haben, aufschreiben, ich habe schon mal Zahlen verwechselt. Wir haben 76, 64. Und ich schieße einfach raus. Und wir müssen es merken, das ist der linke Teil von dem Loch da unten. Der hat wohl... Alter, Mann. Das ist gut. Wurde ich jetzt getroffen? Ich kann es nicht sagen. Spur, das ist super, dass wir hatten. 7, 6. Und 6, 4, jawohl. Müssen wir ein bisschen stärker machen. Eigentlich lohnen es sich echt nur Gräubis. Ach komm, wir machen jetzt Big Bulger. Ich gehe nicht durchs Mal 2, aber mein Mate. Wir haben 30 gemacht. Ich habe Flamme abgekriegt. Jetzt müssen wir noch neue Items. Oh Gott. Wieder kein Nuke dabei. Ich kann nichts dran ändern. Ich meine, ich war einfach mal rein im Moment. Zwei Backroller. Uzi, haben wir gesagt, schießt durch, ne. Fuck, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich weiß immer, wie die Linie von Grad war für ein... Oh Gott. Scheiß Banden. Moment, das ist ja... Ein Gegner da üben. 123. Könnte man mit dem Spotter vom Ding her killen? Der wird nicht ankommen, ne. Obwohl. No. Gottmeister. Ja, ich muss jetzt killen. Okay, probieren wir es. Zu kurz. Ah, 9. Scheiße. Ah, der schießt mich runter. Jetzt hat er es eh. Level 75. Das war eh nicht der beste Stuff. Ich verlieg gerade, ob ich nicht mit Torpedo... Oh Gott. Oh Gott. Backroller. Wäre das einzig Sinnvolle, um mich nicht selber zu killen. Ich weiß bloß nicht, wie stark der wächst. Ich kassiere auf jeden Fall, aber er auch. Er kommt nicht viel an. Ah, 14. Scheiße. Ich muss jetzt gucken, wo er hinfährt. Ja. Warum konnte er sich gerade noch bewegen? Warum? 40 müssen wir machen. Sprich, wir müssen relativ weit sogar schießen. Aber komm, no risk, no fun. Ja. Das hat gereicht. Boah, danke. Einer ist schon mal weg. Der Üben, ich war tatsächlich der Üben jetzt aus. Die ganze Lage. Aber jetzt gerade der Gier rausgeflogen. Ich war schon relativ schnell, für das letzte Folge, die das Fahren noch auf Plus 3 gemacht haben. Das geht schon ganz gut, muss ich sagen. Strobe will ich halt treffen. Ich will nicht alles treffen. Der hat chill, der hat Schiss. Ah, nehmen wir ein besseres Item. Tunnel Strike wäre natürlich richtig nice auf den. Schießt er da raus, weil das Rohr ist nicht aus dem Boden raus. Oh, 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 oh. Die Schale. Yes, 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 yes. Das war sehr gut. So, jetzt traue ich mich mal. Strobe. Auf den? Auf den? Ich gehe auf den 205er. Das wäre dann plus 2. Oder doch plus 1, plus 2. Der hat Horizon. 3 gegen 3. Unserem Typ geht es nicht so gut, mir geht es dafür relativ gut. Nein, mein Horizon trifft recht gut mit 70. 103 müssen wir machen. Könnt ihr mir da mit dem Clover echt drauf gehen? Multistar, ey. Ich überlege die ganze Zeit. Minus 1 Kittens. Ich hoffe, der trifft mit seiner Shotgun was. Darkwing muss sich um Manhood kümmern und wir machen die anderen beiden. Es geht nicht anders. Okay, mich trifft das auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist gut, ich treffe ein bisschen was. Ja gut, 2 habe ich getroffen. 20 Grit? Scheiße. Ach Gott, so ein Aff. Das ist Level 80 gegen Level 80. Boah, nee, ey. Fuck, der wird scheiße bei Fehler gemacht. Ich glaube, das habe ich aber nicht getroffen, ne? Ich habe auch noch nichts getroffen. Ja, Moment. Ach, scheiße, mein Mail 11 macht. Wie war denn der noch? 17. Komme ich jetzt da drüber? Nee. Schwere Spiel. Bin doch gerade leicht angespannt, muss ich sagen. Bitte ein wenig zurückfahren. Wo ist in die Mitte von den Dingern? 2, 3, 4, 5. Das ist der fünfte. Das ist die Mitte. Das muss ja quasi noch weiter gehen. Ja gut, Fische machen eigentlich auch überhaupt ganz schön Damage. Ja, der müsste down sein. 40 Grit? Jawohl. Das war eine sehr schöne Runde. So, jetzt müssen wir noch 200 Damage machen. Die Frage ist mit was? Flower. Shield. Wichser. Wieviel habe ich? 4. Wenn ich unter 300 komme, mache ich es auch. Wir können höchstens das Health Packages Ding da oben holen. Jawohl. Pins and Needles, Big Boomerang. Ja gut, nicht gut, aber ob es auch 10 Armor. Fighter Chat. Pins and Needles, ach, das ist abgeräumt von dem Pinpoint. Oh Gott, er hat mich gerade auf jeden Fall nicht getroffen. Einfach irgendwas auswählen, ist ja egal. Next, ich glaube eine Runde hat er noch und dann... Oh oh. Ein HP hat er noch, ne? Drei. Okay, jetzt ist es quasi ich gegen ihn. Er haut ab. Fighter Chat. Ich muss den Fighter Chat benutzen. Er kann nämlich nur 70 machen. 40 plus, war kein Crit dabei. Ja, komm her. Ich kriege es einen Heavy Hover Ball. Ich hoffe, ich treffe mit 70. Bitte, bitte. Ich habe noch 100, 200 gegen 400. Ich habe halt echt nimmer so viel Gutes. 23 Runden, ne? 102 XP. 70 Damage. Oh, ich habe mehr als 70 gemacht, ne? Ja, hat er. In der Tat. Ich habe ihr noch einen Push-Box gearbeitet. Drop my stuff if possible. Decent weapons? Ja, 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 ja. Alles klar, aber ich komme da nicht drüber. Ich brauche ein Erdbeben. Wasser kann... Alter, ich kann den jetzt killen. Mit der Clover. Ganz ehrlich. ich habe selber damit gemacht hat der fall getroffen ich komme nicht zu dem mit klar können wir auch nur hinterher schenken das macht auch nicht besser ich bin grad voll am überlegen was ich mache man merkt es wenn du 66 das war sehr schön das haben wir kein problem wie viel hat er jetzt noch 34 ihn trifft ja auch nix safe was sind jetzt in der situation zu benutzen ist auch echt gewagt was wollen wir denn machen einer müsste treffen ja hat er mich getroffen ich habe das einzige damage gemacht war gut und jetzt kommen die flower wo es ungefähr die mitte von dem ding der sind 3 4 5 6 7 2 3 4 muss echt stärker machen 4 oder 5 probieren wir es zu weit obwohl ja 15 ich sehe nicht 11 wenn pinne needles da drin liegen bleiben würde würde ich sogar riskieren vielleicht probieren wir es jetzt auch ich werde jetzt schon nicht drauf gehen mit 200 4 5 oh oh ja das erste mal dass ich seitdem überhaupt treff boah 224 ich habe den level 86 glaube ich siegte aber es war gute teamarbeit zu lassen 틀 also sind das es war der meinst du was es ist viel mal kurz gucken ja das war es auf jeden fall mit dem spiel eine folge 600 hp 4 gegen 4 wir haben es gewonnen damit einiges zuschauen und bis zur nächsten folge haut rein